willkommen zum zweiten teil der podcast folge elternglück schön dass du eingeschaltet hast und ich freue mich dass du wieder mit dabei bist beziehungsweise zuhörst zunächst möchte ich erst noch mal kurz auf die letzte folge auf die erste folge eingehen auf die pilot folge ich gebe es zu ja sie war abgelesen es war ein schwieriges thema und ich wollte mich hier erst mal rein finden und ich habe versucht das auch immer wieder frei zu sprechen wie ich das jetzt auch gerade mache allerdings habe ich den faden verloren aufgrund eures feedbacks habe ich nun dass mich dazu entschieden das ganze etwas freier rüber zu bringen und ich hoffe das gelingt auch einigermaßen ich habe mir jetzt hier so ein paar stichpunkte gemacht zusammen mit meiner partnerin und die sollen mir praktisch helfen den roten faden nicht zu verlieren schauen wir mal wieder uns das gelingt also wir würden jetzt loslegen mit dem medizinischen aspekt und danach mit der ja mit der vierten schwangerschaft die dann unseren sohn thai hervorbrachte aber das dann am ende fangen wir also nun an mit kapitel 4 medizinischer aspekt hier möchte ich zunächst einmal noch mal kurz auf die erste folge eingehen und zwar wollten wir bereits in der zweiten schwangerschaft von unserer gynäkologin beziehungsweise frauenärztin zu diversen kontrollen geschickt das heißt einmal zur genetik und einmal zur gerinnung und es wurde halt praktisch überprüft inwieweit man ja irgendwelche genetischen auffälligkeiten hat ob es irgendwelche gerinnungsstörungen gibt klar genetik betrifft uns beide die gerinnung in dem fall nur meine partnerin weil das sind ja alles in ihrem körper statt das wisst ihr aber selber ja okay also was habe ich denn hier gerade auf meinem spieg zettel stellt euch vor ihr kommt dazu genetik rein in den untersuchungsraum und euch soll blut abgenommen werden es warten also für die frau zwölf röhrchen und sieben röhrchen für den mann ihr denkt nur scheiße bin ich dann blut leer ja das ist ordentlich aber es dient alles dazu um wirklich bis ins kleinste zu schauen gibt es irgendwelche auffälligkeiten gibt es irgendwelche störungen wie könnte man sie beheben keine angst vor der blut abnahme keine angst vor dem fliegenden röhrchen ihr seid auch nicht blut leer garantiert und versprochen wir haben das tapfer mitgemacht und am ende wussten wir zumindest von dieser sache her schon mal es liegen keine probleme vor das hatte ich habe bereits etwas schon angeteasert ich glaube in kapitel 2 sowieso schon aber das gehört halt zum medizinischen aspekt deswegen bringe ich das gerne noch mal bei ja was dann im endeffekt folgte war erst mal zu schauen warum könnte es zu einem ab ort also zu der fehlgeburt gekommen sein man hat dann vermutet dass eventuell das blut bei meiner partnerin zu dick wäre dadurch wird praktisch die durchblutung des embryos nicht so richtig gefördert und beziehungsweise wird wahrscheinlich verhindert ist schwer nah zu vollziehen kann uns halt auch keiner so richtig sagen jedenfalls wurde dann meine partnerin entsprechend darauf eingestellt und das hat dazu beigetragen dass die entsprechenden kontrollwerte sich so stabilisiert haben dass eine schwangerschaft auch möglich ist vor allem auch das embryo zu halten ist nichtsdestotrotz muss man dazu sagen jede schwangerschaft ist echt ein wunder das haben wir im eigenen leib mehrfach erfahren müssen aber nicht nur die schwangerschaft als solches ist das wunder sondern das kind zu behalten also ja doch das kind ist richtig ist ja kein männlich kein weiblich also das kind das ist das wunder und in dem ganzen verlauf haben wir halt erfahren wie krass es eigentlich ist dass ein kind geboren wird wie viele schwierigkeiten wie prozentuale risiken es gibt also eine geburt eines kindes ist ein wahres wunder ja gut aber ich verliere den faden deswegen komme ich jetzt mal zurück zur sache meiner wenigkeit genau also wir wollten zum einen wie gesagt geschickt zur gerinnung zur genetik das hat uns ja beide betroffen jetzt wollte ich aber als man selber was dazu tun und habe mir gedacht ich mache jetzt mal einen termin beim urologen war auch interessant innerhalb noch des corona wahnsinns auf deutsch gesagt also der war ja wirklich schlimm aber das ist ein anderes thema vielleicht werden wir das mal später jedenfalls naja habe ich davor erst angerufen habe einen termin gemacht alles schick alles schön dann kommt er mir mit der aussage sie müssen das sperma aber frisch bringen er hat gesagt er ist kein thema ich kann ja das bei ihnen dann kann er da eine becher und so weiter ja nee das geht nicht aufgrund corona ja also was habe ich gemacht jetzt achtung zuhör ich bin da hingefahren habe mir eine decke mitgenommen dann habe ich mir gedacht gut vordersitz ist nicht so schön gehen wir auf den rücksitz ja das schöne war dass der parkplatz war an so einer seitenstraße wo hochhäuser stehen hier in düsseldorf stehen ja überall hochhäuser also musste ich ja irgendwie damit ich da zur tat schreiten konnte erstmal das fenster ja verdecken also habe ich decke genommen und habe das fenster zu einverdeckt mich etwas entblößt dann mit dem becher da hantiert war auf jeden fall lustig und goldig werde ich nie vergessen diesen moment jedenfalls es kam sehr frisches sperma zum urologen der hat auch relativ schnell das auswerten können und bei der auswertung des spermas kam heraus dass ich super sperma habe das heißt also von der seite war leider alles in ordnung ich hätte mich tatsächlich besser gefühlt wäre auch bei mir irgendwas negativ oder oder dass ich etwas beitragen kann zu der ganzen sache aber so wusste ich halt okay an mir liegt es nicht es ist auf der einen seite zwar schön zu wissen auf der anderen seite natürlich blöd weil man einfach ja helfen möchte und hätte man vielleicht was gefunden dann hätte man vielleicht was machen können aber okay es war halt nichts und damit auch gut und was ich auch nicht vergessen werde er hatte mich gefragt ob ich denn schon zur vorsorge war also wegen prostatakerebs und so habe ich gesagt nee noch nicht ja ohne diese untersuchung gehen sie mir aber nicht ich so ja gut dann müssen wir einen termin machen hat er gesagt nee quatsch da machen wir keinen wir machen das jetzt ich so gut machen wir jetzt also auch da gar keine sorge gar keine angst das ist alles legitim alles normal heutzutage ich dachte auch gut vielleicht steckt er einen finger rein oder fühlt oder macht sonst was aber quatsch da also der hat praktisch mit ultraschall untersucht egal wie hauptsache man wird untersucht und ich kann es jedem nur ans herz legen es gibt genug prostatakrebs und wenn der frühzeitig erkannt wird dann wäre das auch super ich meine ne ist halt so jeder krebs den man frühzeitig erkennt kann man hoffentlich was gegen tun ja gut also halten wir fest wir hatten jetzt also abgeklopft die genetik die gerinnung und ich den urologen dann kam es ja zu unserer dritten schwangerschaft und wie ihr ja mittlerweile wisst aus der ersten folge kapitel 3 auch diese schwangerschaft ist leider verloren gegangen und das sagte ich ja dann ohne Experten ohne feedback möchte ich nicht noch mal sowas riskieren also haben wir uns dann überlegt mit der frauenärztin zusammen eine kinderwunschklinik anzuschreiben anzusprechen in der kinderwunschklinik wurde dann auch noch mal entsprechend meine partnerin untersucht ob alles da in ordnung ist ob da noch genug eier vorhanden sind und so weiter und so fort war aber alles gut war alles super von der sache her wurde uns dann aber zum glück eine sache festgestellt bisher ist da noch keiner drauf gekommen und zwar hieß es immer die zuckerwerte sind grenzwertig also man muss hier echt aufpassen es ist keine schwangerschaftsdiabetes weil die kann es erst geben wenn man schwanger ist es ist auch keine diabetes sondern eine insulinresistenz und das könnte unter anderem der der knackpunkt gewesen sein was am ende die vierte schwangerschaft und den erfolgreichen verlauf begünstigt hat also meine partnerin hat dann praktisch metformin bekommen und dieses ist praktisch zuträglich für die schwangerschaft die sorgt dafür dass du das embryo nicht verlierst und dann wurden noch mal unter anderem im hausarzt die schilddrüsenwerte überprüft auch hier wurde eine kleine auffälligkeit festgestellt und zwar muss der L-Tyroxin-Wert der muss unter zwei sein also der schilddrüsenwert L-Tyroxin ist das medikament ja und mit diesen ganzen feststellungen zum beispiel konnten wir wirklich arbeiten das heißt man hat uns mitgeteilt der chemisch klinik es ist bei ihnen alles in ordnung versuchen sie es nochmal auf normalen wege ansonsten künstliche Befruchtung und so weiter und so fort wir waren uns erst etwas unsicher haben noch ein bisschen gewartet und dann kam aber der normale Weg aber auch das war nicht so einfach weil es war ja auch von Ängsten geprägt man wusste dreimal hat man bereits in die Kloschlüssel gegriffen und jetzt beim vierten mal es wieder zu versuchen das war schon heftig aber unterm Strich haben wir es halt gewagt und haben es halt gemacht wir nutzen bereits schon vor der ersten Schwangerschaft ein Tool es ist kein Schwangerschaft sozusagen ein Test um herauszufinden wann die fruchtbarste Zeit der Frau ist also wo man praktisch das Ei findet auf deutsch gesagt und dann hat man halt entsprechend danach sich so ein bisschen gerichtet und hat dann halt entsprechend auch den Batchwort betrieben ja gut wir waren also vorbereitet wir hatten alles wir waren gesund dennoch musste nochmal ein persönlicher negativer negativer Schicksalsschlag ein Trauerfall in der Familie kommen und danach hatte man natürlich keine Lust mehr irgendwie Batchbots zu betreiben weil da war es mal was anderes wichtig da war es wieder Verarbeitung und Trauer und so weiter und so fort nichtsdestotrotz wie auch immer am 22. ich glaube es war kurz also es muss kurz vor Weihnachten gewesen sein ich war nochmal einkaufen gewesen meine Partnerin hatte Appetit auf Salami bekommen habe ich gekauft ich komme wieder nach Hause werde schon so ein bisschen angestrahlt denke so okay ist irgendwas passiert gehe ins Bad sie zeigt mir den Test schwanger meine Reaktion verdammt und jetzt? wer soll die ganze Salami essen? und vor allem wie geht es nun weiter? ja also das ist eine Reaktion die wünscht man sich wahrscheinlich nicht aber ich glaube man kann sie auch nachvollziehen wie es weiter geht erfahrt ihr im nächsten Teil meines Podcasts Elternglück wir werden hier dann den Schwangerschaftsverlauf von meinem Sohn Tai beleuchten ich werde dort dann auch mit Du anfangen da dieser Podcast ja auch direkt mit ihm in Verbindung steht und sozusagen auch an ihn gerichtet ist also sei Du bitte nicht irritiert lieber Zuhörer ich freue mich dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen bin die 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 die